So Leute, da bin ich wieder zurück mit keiner guten Nachricht, denn ihr seht es gerade, erfolgreich ausgeloggt. Es gibt anscheinend derzeit Probleme, was die Server betrifft, weil manchmal mal gerade die Musik ein bisschen leiser. Also nochmal kurz, falls ihr es nicht verstanden habt. Es gibt anscheinend gerade Probleme mit den Servern. Wir müssen halt einfach Geduld haben. Es bringt aber jetzt nichts, den Support anzuschreiben, denn wir wissen immer, wenn irgendwas komplett neu hochgeladen wird oder eine Version, ihr wisst ja, es wurde heute auch ein neuer Patch rausgehauen. Insgesamt jetzt Patch 17. Das Problem ist halt einfach, es funktioniert anscheinend noch nicht alles so genau, so gut. Also einfach ein bisschen Geduld haben. Lasst den Support in Ruhe, in Anführungszeichen, denn wie ihr seht, das Problem ist anscheinend bei einigen. Ich hoffe bei euch nicht, aber ich denke mal, dass alle jetzt gerade das Problem haben. Und in dem Sinne heißt es einfach Geduld haben. Mir gefällt das gerade auch absolut gar nicht, denn ich bin gerade für euch die Aufgaben am Hochladen. Ich hoffe, wem ich jetzt trotzdem mit dem Info hier ein bisschen weiterhelfen konnte, gerne Like da lassen, gerne Abo da lassen. Der grünende Abschluss wäre natürlich auch, wenn ihr meinen Creator-Code benutzen würdet. Aber das ist natürlich jedem frei überlassen. Ich probiere weiter reinzukommen. Und in dem Sinne, ihr seht es ja, wenn eine neue Aufgabe von mir kommt, bin ich wieder drin. Und in dem Sinne sage ich einfach Ciao und hoffentlich geht es bei euch noch. In dem Sinne, haut rein.